Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, normalerweise sehen wir hier sehr, sehr viele Beauty-Adventskalender, aber da ich nun mal auch andere Hobbys außer YouTube und Beauty habe, gibt es hier auch ein paar andere, zum Beispiel Werkzeug-Adventskalender und auch Lego-Adventskalender, denn das kommt tatsächlich hauptsächlich von meinem Freund. Ja, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen heute den Lego. So rum, Adventskalender auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video entsteht in freundlicher Zusammenarbeit mit meinem Freund, denn er durfte eben komplett diesen Adventskalender zusammenbauen. Genau, mein Freund ist ein begeisterter Lego-Bauer, sage ich jetzt einfach mal so, und ja, ich glaube, es hat ihm Spaß gemacht. Man kann ihn nämlich hier öffnen, rausziehen und dann hat er tatsächlich schon mal alles öffnen können. Für mich bleibt es aber nach wie vor spannend. Wir haben hier dann den Adventskalender, wie er aussieht. Wir haben dann nachher quasi ja so eine Art Tanzhalle, die wir in dem Dezember füllen können, mehr oder weniger. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, denn hier drin sind schon alle Sachen wunderbar zusammengebaut und ich hoffe, sie sind noch alle an ihrem Platz. Denn es hat eben einmal Rums gemacht, falls ihr das auch gehört habt. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, genau. Dieser Adventskalender ist quasi an das Trimagische Turnier angelehnt. Ähm, da hat Lego ja auch verschiedene Reihen. Da haben wir auch irgendwie so ein Tanzbedünsen von, wo Harry und seine Joe oder so tanzen zum Beispiel. Keine Ahnung. Steht auf jeden Fall bei uns rum. Und ja, das hier ist entsprechend angelehnt daran, denn das ist auch eine sehr weihnachtliche Edition. Ein sehr weihnachtlicher Teil von der Harry-Potter-Geschichte, würde ich mal so sagen. Ja, finde ich ziemlich cool. Los geht's. Und wir starten hier mit der Nummer 1. Wir haben in den Kläppchen drin übrigens auch immer die Aufbauanleitung. Wollen wir den Kalender irgendwie neben uns stellen? Joa, so machen wir das, oder? Hier haben wir tatsächlich in Kläppchen Nummer 1 Harry und einen Tisch mit einer Kerze. Das ist eine gute Nummer 1, ne? Was hat er in der Hand? Juleball. Genau. Da geht's halt um den Trimagischen, äh, um das Trimagische Turnier. The Weird Sisters. Die spielen da wahrscheinlich, ansonsten kannst du nicht viel lesen. Hier haben wir die Nummer 2. Ich würde sagen, auf jeden Fall Props an meinen Freund, denn der hat diesen Kalender komplett ohne Aufbauanleitung zusammengebaut. Die Aufbauanleitungen befinden sich nämlich immer im Türchen. Und dann sieht man die Aufbauanleitung erst dann, wenn man das Türchen öffnet. So. Hier haben wir eine Miniatur von Hogwarts. Von dem Hogwarts-Schloss von der Schule. Auch richtig cool. Hier oben haben wir die Nummer 3. Mega. Ja, also das, ich, ich, ne, feiere meinen Freund gerade dafür, dass er das alles ohne Anleitung zusammengebaut hat. Hier haben wir eins von den Wikinger-Schiffen. Ach, krumm. Waren das nicht die krumm? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ne? Harry Potter-Fan bin ich, aber. Wenn später die anderen Adventskalender kommen, da muss mein Freund mir helfen. Zum Beispiel bei Star Wars, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich mega drin bin in dem Thema. Ich guck's zwar mit ihm, aber ich kann mir das safe nicht merken. Okay, ja, äh, cool. Süß, ne? So ein kleines Schiff. Ist nie weg. Ja, mit einer kleinen Kanone. Guck dir das mal an. Süß. Hier oben haben wir die Nummer 4. Okay, was ist das? Soll das einer von diesen fliegenden Kutschen von diesen Damen sein? Ich weiß nicht, das sieht aus wie ein Schwan oder so. Was könnte das denn sonst sein? Keine Ahnung. Muss man sehr kreativ sein. Ich meine, es ist höchste Baukunst. Muss man schon sagen. Da kannst du aber kein Männchen draufsetzen, oder? Ja gut, hier passt ja auch nur halb drauf. Und dann passt das natürlich größenverhältnistechnisch nicht unbedingt. Nein. Hier in der Mitte haben wir die Nummer 5. Das dürfte dann unsere liebe Joe sein, oder? Nikolaus, die Nummer 6. Okay, was ist das denn für ein Nikolaus-Ding? Okay, ja. Hier haben wir den Feuerkelch drin. Es ist überhaupt nicht Nikolaus. Menno. 7. Yay. Wir haben ein Grammophon. Okay, ja, komm. Es gehört auch irgendwie dazu, weil die haben ja alle getanzt und so. Und da war ein Grammophon und das hat Musik gespielt. Ist okay. Okay. Ist okay. Besser aber auf jeden Fall als letztes Jahr, wo du einfach nur die einzelnen Flaggen immer drin hattest. Das muss ich wirklich sagen. Da habe ich lieber ein Grammophon. Hier haben wir die Nummer 8. Okay. Das ist ja eine Aufgabe davon gewesen, von dem Trimagischen Turnier. Hier haben wir eine Couch und ein Ei. Genau. Und da musste man ja irgendwie die Botschaft aus dem Ei entschlüsseln. Ist ganz süß. Passt Joe auf die Couch. Joe kann gar nicht sitzen. Weil Joe hat gar keinen Hintern. Kann Harry denn sitzen? Klar, die Männer dürfen wieder sitzen. Okay. Doch, Harry passt auf die Couch. Tatsächlich. Zusammen mit dem goldenen Ei. Ein Fest. Das ist aber auch eine schöne Couch. Komm, das mag ich gerne leiden. Die Farbe gefällt mir, dass es hier so abgerundet ist und so ein bisschen so eine Retro-Couch ist. Das passt schon. Nummer 9. Wir haben einen Party-Tisch mit... Das ist natürlich süß. So eine Vase mit einer Blume drin. Das ist süß. Das finde ich hübsch. Das spricht für Romantik. Ne? Ja. Hier oben ist die Nummer 10. Na, endlich haben wir hier auch Harrys besten Freund drin. Und zwar Ron. Aber diese Frise geht ja gar nicht. Oh mein Gott. Was hatte er da für lange Haare in diesem Teil. Unfassbar. Und natürlich dieses unfassbar schicke Hemd. Ist schon süß. Ist schon süß. Somit haben wir bei der Nummer 10 die dritte Minifigur. Hier ist die Nummer 11. Klar, der obligatorische Kamin darf dann auch einfach nicht fehlen. Der ist jetzt auch mit dabei. Cool hier ist tatsächlich, dass der Schuh sich hier bewegt. Das ist nett. Das gefällt mir. Und du hast halt auch immer wieder Ersatzteile mit dabei. Das ist auch ganz cool. Dann hast du hier natürlich für Kaminfeuer deine Haken. Wie auch immer. Und das Kaminfeuer natürlich auch, was da drin ist. Es ist schon hübsch, ja. Und es ist weihnachtlich mit der Socke. Halbzeit ist für mich auch immer eine relativ wichtige Geschichte, weil das so eine Art Wendepunkt halt auch darstellen kann. Es ist die Hälfte vom Kalender hat man dann geöffnet. Also das muss schon cool sein. Ja. Hä? Was ist das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist hier der Mistelzweig und das scheint ein Glas zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was genau das dann darstellen soll. Cool finde ich es jetzt nicht. Gerade für eine Zwölf finde ich es auch ziemlich lame. Aber gut. Ja. Es ist da. Die Nummer 13. Wir haben unseren ersten Tannebaum. Ja. Das ist weihnachtlich. Das passt zum Film. Das ist okay. Ist okay. Wir haben immer mal wieder einen Tannebaum in diesen Adventskalendern. In allen Lego-Adventskalendern hast du mindestens einen Tannebaum. Jetzt ist er halt hier in der Nummer 13. 14 ist hier. War das nicht irgendwie zusammen? Ich weiß nicht. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Mistelzweig. Und hier haben wir dann den Frosch drin. Okay. 15. Ja. Da waren diese zwei Zwillingsschwestern. Ich weiß aber nicht, wie die hieß. Keine Ahnung. Gehen wir weiter zu Nummer 16. Zwei weitere Tannebäume. Yay. 17. Das ist cool. Das ist ein Flügel. Das ist schön. Das kann man halt auch irgendwo in eine Stadt schön integrieren und so. Definitiv. Also das kannst du gut verwenden. Und Größenverhältnis technisch. Ja gut. Komm. Müssen wir nicht drüber reden. Passt es nicht wirklich? Es passt einigermaßen. Einigermaßen. Wenn ich meine Finger wegnehme und meine Zähne so. Weiß ich nicht. Passt. Die Nummer 18. Was war das denn nochmal? Da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern, was das hier sein soll. Aber ich glaube, das gehört zu diesen zwei Bögen, die wir da schon stehen haben, oder? Ich weiß nicht. Gehört das nicht irgendwie zusammen? Aber ich weiß nicht, was man damit machen musste. Wisst ihr das? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich habe gerade einen Hänger. Aber schön ist es halt auf jeden Fall. So viele kleine Teile zusammengebaut. Sieht sehr filigran aus und so. Und ist schon nice. Die Nummer 19. Yay. Es ist die andere von den beiden Zwillingsschwestern. Sind das überhaupt Zwillingsschwestern? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, im Film waren das Zwillingsschwestern, oder? Leute, ich vermiss Hermine. Wo ist Hermine? Wie hießen die nochmal? Pannen und... Oder weiß ich nicht. Ich habe voll vergessen, wie die heißen. Ich habe es euch eben hingeschrieben. Ich weiß es gerade echt nicht. Nummer 20. Okay, hier haben wir die andere Seite. Von dem Tisch wahrscheinlich. Kannst du so zusammenstecken. Was war das nochmal, Leute? 21. Wo ist Hermine? Wir könnten uns dieses Mikrofon nehmen und sie hiermit ausrufen lassen. Aber nein. Es gehört demjenigen, der die Noten vorsingt. Ja. Genau. Dem Sänger quasi, ne? Von der Band. Cool ist auf jeden Fall, dass dieser Brick hier bedruckt ist und dass es nicht aufgeklebt ist, denn das hat mein Freund mir immer gesagt, dass es cooler ist, wenn Lego die Steine bedruckt und wenn du nicht irgendwelche Sticker aufkleben musst. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Habe ich jetzt auch gesagt. Bin ich jetzt Pro? Nein. 22. Ja. Safe. Wunderschöne. Wunderschön, ne? Ich mag die. Genau. Das war sehr hübsch. Sehr, 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 sehr hübsch. Oh Mann. Ja. Ich frage mich nur, warum sie ein Loch im Kopf hat. Das finde ich ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Vielleicht gehört es bei einem anderen Zettel dazu, dass man da eine Krone reinstecken kann oder so. Aber ansonsten finde ich es ganz cool, dass Hermine hier auch mit drin ist. Endlich. In der 22. 23. Okay, das ist sogar durchdacht. Das ist irgendwie schlau. Gut. Wir haben hier nämlich Geschenke drin und huch. In England, wo ja Harry Potter herkommt, werden die Geschenke doch am 14... Nee, am 23. oder am 24. abends unter dem Baum gelegt. Und deswegen haben wir jetzt hier die Geschenke drin. Das ergibt Sinn. Da haben wir zum Beispiel einen eingepackten Besen drin. Das ist cool. Das liegt auch öfters mal dort bei Harry Potter unterm Baum. Und dann haben wir noch drei random Geschenke einfach irgendwie. Die kann man halt auch einfach weiterverwenden. Es ist okay. Es sind halt Geschenke. Was willst du da? Es sind halt Geschenke. Ich kriege das jetzt hin ohne Finger. So. Das letzte Kläppchen. Das Kläppchen Nummer 24. Auch wenn ich das persönlich als Kläppchen Nummer 24 nicht so geil finde, passt es doch zum Kalender, zur Story und zum Sinn dahinter. Denn Ziel des Ganzen war doch irgendwie, diesen Kelch anzufassen. Beziehungsweise den, äh, nicht Teleporter. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Dass man den anpackt. Ich will immer Transporter oder sowas sagen. Oder Teleporter. Aber das hieß ganz anders. Naja. Auf jeden Fall war das ja quasi der, ähm, das Ziel von dem Film. Mehr oder weniger. Und deswegen passt es auch in die 24. Aber ich find's als Nummer 24 ziemlich langweilig. Ich hätt's jetzt cool gefunden, wenn da irgendwie Dumbledore drin gewesen wär oder so. Ne? Das wär cool gewesen. Das hätt ich gefeiert. Vielleicht sogar Dumbledore in nem Weihnachtspulli. Hätten wir nicht, hätten wir garantiert nicht bekommen. Aber das hätt ich gefeiert. Hm. Das ist irgendwie hm. Süß sind aber die Schlangen. Komm, ne? Das hast du auch nicht so häufig. Das kannst du, das ist hübsch. Das ist nett. Wir haben in dem Adventskalender sechs Minifiguren. Und drei Sachen, die einfach von diesem Maßstab nicht reinpassen. Also das Schiff war das. Dann war das der, äh, das, das Hogwarts-Modell. Und diese Kutsche. Aber ansonsten fand ich das jetzt vom Inhalt her tatsächlich sogar besser als letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele Minifiguren wir letztes Jahr drin hatten. Aber ich find den jetzt eigentlich ganz cool, weil die Charaktere halt in unterschiedlichen Rollen jetzt dargestellt sind. Beziehungsweise zu einem, zu einem anderen Zeitpunkt. Und dementsprechend nicht so aussehen, wie sie normalerweise aussehen, wenn sie als Lego-Figuren gedruckt werden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist total merkwürdig. Aber gut. Das auf jeden Fall. Deswegen ist es schon etwas Besonderes. Ähm. Ich finde auch schon, dass da eine gewisse Abwechslung drin ist. Und dass wir jetzt nicht zu sehr zugeballert wurden mit Geschenken oder mit irgendwelchen Flaggen oder sowas. Das heißt, es gefällt mir auch schon von, ähm, von der Abwechslung her und von diesem Spielgedanken dahinter. Und, äh, deswegen. Ich persönlich kann diesen Adventskalender empfehlen. Man sollte aber nicht zu sehr auf die jeweiligen Tage hoffen. Das heißt, nicht zu sehr auf Nikolaus oder zu sehr auf, äh, Heiligabend. Weil in den Kläppchen sind nicht unbedingt besondere Sachen drin. Leider. Aber gut. Unterm Strich hat man eine gute Geschichte dabei rausbekommen. Und ich finde auch schon, dass man für sein Geld gut was bekommen hat. Dementsprechend, ja, für mich ein gelungener Adventskalender. Auch wenn teilweise so, meh, Momente dabei waren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!